Das Thema Leidenschaft hängt natürlich an vielen Ecken und Enden und das mag euch jetzt wundern, wenn ich es so einordne, aber ich glaube die Leidenschaft muss nicht nur in der Kreation sein, sondern muss vor allen Dingen bei der Beratung stark sein. Wenn der Berater etwas Kreatives verkaufen kann an den Kunden, wenn er den Kunden mitnimmt auf die Reise, dann ist im Prinzip der Drops gelutscht. Das heißt, die Leidenschaft darf nicht nur in der Kreation herrschen, sie muss an der Schnittstelle zum Kunden herrschen und dann dürfen wir eins nicht vergessen. Der Kunde muss das Ganze bezahlen und er muss auch den Mut haben, durch das Unternehmen zu rennen und zu kämpfen. Und deswegen muss man ihn anzünden, damit er selber brennt und dann im Unternehmen die bessere Kreation durchsetzen kann. Das ist eine gute Frage, die man eigentlich durch das Medienverhalten beantworten muss. Wir haben heute den Trend zum Second Screen. Wir wissen, dass in der Mehrheit der Fälle heute die Menschen TV gucken und gleichzeitig ein Computer, ein Pad, ein Smartphone zur Hand haben. Insofern kann man es nicht mehr getrennt denken, sondern man muss sich überlegen, wenn ich im TV den Impuls setze, wie verlängere ich ihn, wie ergänze ich ihn online. Oder auch andersherum, wenn ich online einen Impuls setze, wie greift TV diesen eventuell auf? Also das geht vice versa. Heute muss man integriert konzipieren und unterwegs sein. Ich stelle eine starke Tendenz zur Haltungskommunikation fest. Stichwort Purpose. Früher hat man darüber geredet, was man verkauft. Dann hat man darüber geredet, wie man es herstellt, was man verkauft. Also das How. Und heute redet man immer stärker über das Why. Was treibt uns? Was ist die innere Energie, der Antrieb der Marke? Und das ist natürlich toll für Bewegtbild, weil Haltungskommunikation ist große Kommunikation und da sehe ich zurzeit sehr viele gute Tendenzen. Das Zweite, was ich feststelle, ist Content Marketing. Ich weiß ein Buzzword, aber wir müssen es an der Stelle ziehen. Ich sehe sehr viel selbst produziertes Bewegtbild bei Unternehmen, die in eigene Medienmarken investieren und selber zum Medium werden. Und das ist ein Trend, der unaufhaltsam ist. Also ich sehe fünf Dinge. Idee, 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 Mut und Exzellenz. Lass uns das kurz einordnen. Idee, Idee, Idee. Ich glaube, auch in einer digitalen Welt oder gerade in einer digitalen Welt geht es ohne Idee nicht. Wer banale, unterbrechende Kommunikation macht, die nicht mitreist, hat keine Chance. Wer aber auf starken Ideen aufbaut, der wird getragen von den Menschen da draußen. Also Idee ist für mich key. Dann Mut. Wir haben das eben schon mal angesprochen. Es braucht der Berater Mut, die kreative Leistung zu verkaufen. Es braucht der Kunde Mut, es tatsächlich zu finanzieren und durchzusetzen. Insofern ist Mut exzeptionell wichtig neben der Idee. Und das Dritte ist natürlich die Exzellenz. Wenn es schlecht gemacht ist, geht die Idee unter, ist auch der Mut umsonst gewesen. Am Ende muss auch das Produkt in einer Qualität stehen. Und wenn alles drei zusammenkommt, dann geht es ab. Dann wird es getragen von den Menschen, die sich als Fan im Prinzip diesem Stück Film widmen und es auch viral teilen.